Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Farrell und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Geld verdienen kannst mit Klicks. Und zwar Klicks auf Links, also online und das Ganze von zu Hause aus. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir detailliert in diesem Video. Was brauchst du dafür? Erstmal den Internetzugang, dann ein Laptop, ein Computer oder ein Smartphone und musst dich dann auf einer der folgenden Seiten registrieren. One Jux, AdClick, Cashface, Influcent oder Social Flair. Das sind einige der größten Anbieter, die eben anbieten, dass du pro Klick einen gewissen Geldbetrag bekommst, wenn jemand auf deinen Link draufklickt, ohne etwas zu kaufen oder sonstiges. Was brauchst du dafür? Erstmal ein Social Network, also Facebook oder Instagram, also ein Account auf Instagram oder eine Facebook-Seite und dann läuft das wie folgt ab. Du postest einen Link von den folgenden Anbietern, die ich dir genannt habe, zum Beispiel auf Facebook. Diese Dame hier auf der rechten klickt da drauf, wird dann zum Beispiel zu Social Flair weitergeleitet, kriegt dort Werbeanzeigen angezeigt und so weiter. Dadurch verdient Social Flair Geld und Social Flair gibt dir für diesen Klick auf den Link von der Dame eben einen gewissen Eurobetrag. Wenn du übrigens noch mehr Methoden haben möchtest, wie du Geld verdienen kannst im Internet, abonniere mich doch jetzt ganz gerne. Das als kleiner Hinweis würde mich wahnsinnig freuen und jetzt zeige ich dir ganz genau die einzelnen Anbieter und wie diese funktionieren, wie du da Geld verdienen kannst und vor allem wie viel du pro Klick verdienst. Angefangen bei Influcent, da bin ich selber sehr, sehr aktiv drauf. Aktuell ist es so, dass du hier teilweise bis zu 30 Euro für 1000 Klicks bekommst und aktuell sind circa über 10.000 Influencer schon dort aktiv. 30 Euro für 1000 Klicks ist schon wirklich eine Menge, also das könnt ihr euch ausrechnen, wie viel ihr da pro Klick bekommt. Aktuell stehen über 6.000 Inhalte zur Verfügung. Wie so Inhalte aussehen, das zeige ich euch auch nochmal genau. Es ist auch nicht schwierig, sich dort anzumelden, kostenlos innerhalb von ein paar Minuten möglich. Teilst dort dann einfach bestimmte Artikel, die dort zur Verfügung stehen, zum Beispiel Artikel, News, Persönlichkeitstests, Quizze, Chats, das hat bestimmt schon jeder irgendwann mal gesehen auf Social Media. Und verdienst dann eben Geld für jeden Besucher, der über deinen Link auf diese Seite weitergeleitet wird. Auszahlen kannst du das Ganze dann über Paypal oder per Banküberweisung. Von daher eigentlich für jeden machbar. Jetzt zeige ich dir mal eine Abrechnung von mir, die schon ein bisschen etwas älter ist. Das siehst du hier vom 14. Juni 2019 war jetzt zum Beispiel mal eine kleinere Abrechnung über 100 Euro. 10% Bearbeitungsgebühr kommt immer noch dazu und letztendlich kommst du dann aber, also diese 10% nicht auf den kompletten Betrag. Und im Prinzip waren es jetzt dann 97 Euro, die ich dann bekommen habe. Der zweite Anbieter ist Social Flare. Der ist auch relativ lange schon am Markt und da bin ich auch schon relativ lange aktiv. Ist ähnlich wie Influcent, dass du dort eben auch Beiträge teilst. Hier liegt die Vergütung sehr, sehr unterschiedlich. Zwischen 10 Euro und 20 Euro circa für 1000 Klicks und hast hier wöchentliche Auszahlungen. Es kann mal sein, dass es ein bisschen länger dauert, aber grundsätzlich wird hier eigentlich relativ pünktlich ausgezahlt. Das Ganze auch zum Beispiel über Banküberweisung oder Paypal und letztendlich kann ich dir hier auch mal eine Rechnung von mir zeigen, eine Gutschrift. Die ist noch ein bisschen älter, daran siehst du auch mal, wie lange ich das eigentlich schon mache hier und wie lange es auch den Anbieter schon gibt. Von 2017 habe ich hier 1200 Euro netto verdient, also 1428 Euro brutto und letztendlich sehr, sehr lohnenswert, kann man auf jeden Fall sagen. Weitere Anbieter, die es dann gibt, wäre zum Beispiel hier OneJux, also 1Jux geschrieben. Hier ist die Anmeldung ein bisschen schwieriger, weil wenn du da auf die normale Seite gehst, da kommst du erstmal auf diese Seite. Da siehst du jetzt auch mal so Beiträge zum Beispiel. Die hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen auf Facebook, wo dann steht, okay, um den kompletten Beitrag zu sehen, klicke bitte auf den Link hier in dem Post. Und dann in dem Moment kriegt derjenige, der diesen Link gepostet hat und jemand aufklickt, eben für diesen Link-Klick-Geld. Und genau, das sind halt wie gesagt einfach klickstarke Beiträge. Hier musst du den Support anschreiben, damit du hier freigeschaltet wirst für das Geldverdien-Programm, aber grundsätzlich auch sehr, sehr lohnenswert. Ein nächster Anbieter wäre AdClick, auch schon länger am Markt. Hier schaut es sogar so aus, dass ihr hier auch veröffentlichen, wie viel du pro 1.000 Klicks bekommst, nämlich teilweise bis zu 20 Cent pro AdClick oder bis zu 10 Euro für TKP-Traffic, also 1.000er Kontaktpreis, also für 1.000 Klicks. Vor allem diese AdClicks können sich sehr, sehr lohnen, weil die eben leider nur begrenzt sind, aber eben sehr, sehr hoch vergütet wird. Du siehst das jetzt, 20 Cent pro AdClick ist schon wirklich sehr, sehr hoch im Vergleich zu den 10 Euro TKP. Okay, wir schauen uns das jetzt mal bei den Partnerprogrammen an. Ist jetzt kein reiner Link-Anbieter, sondern auch wirklich hier ein normaler Affiliate-Marketing, aber wir gehen jetzt hier mal auf Werbeform AdClicks. Da klicken wir mal drauf und dann gibt es jetzt hier bestimmt schon einen Anbieter, der hier pro Klick bezahlt. Genau, da sehen wir es hier, spirituelle Beratung, 16 Cent pro AdClick. AdClick sind aber auch nur begrenzt verfügbar, das heißt hier 370 von 1.000 AdClicks sind noch frei. Der möchte natürlich nicht unnötig viel Traffic haben, wenn er sich das gar nicht leisten können, von daher hat er jetzt hier das Ganze auf 1.000 AdClicks begrenzt. Also 16 Cent pro AdClick ist schon wirklich sehr, sehr gut bezahlt. Jo, das im Prinzip mal AdClick als Anbieter und jetzt noch einen letzten Anbieter, den ich dir vorstellen möchte. Welchen du dann übrigens wählst, das bleibt ganz dir überlassen. Ich kann dir auf jeden Fall Influcent und Social Flair aus persönlicher Erfahrung empfehlen. Aber zum Beispiel auch Cashface ist ein Anbieter, den es schon länger gibt, der auch nicht nur dieses Content-Marketing, also mit diesen Link-Klicks bezahlt, sondern eben auch hier sehr viel Social-Media-Marketing macht, sehr, sehr viel Marketing-lastig ist und von daher auch hier schon länger am Markt ist und auf jeden Fall vertrauenswürdig. Ja, das grundsätzlich mal zu den Anbietern. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, das fragst du dich wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber was ist, wenn ich keine Reichweite habe? Ja, gebe ich dir recht, das ist dann schwierig. Also du solltest auf jeden Fall Reichweite haben. Wenn du jetzt noch keine Reichweite hast und sagst, okay, also ich persönlich kann jetzt zum Beispiel Facebook sehr, sehr empfehlen, weil es da eben sehr, sehr einfach ist, Links zu posten. Bei Instagram ist das ja sehr, sehr schwierig. Entweder du brauchst 10.000 Follower und kannst es in den Storys machen oder du haust halt einen Link in die Beschreibung, in die Bio rein. Deswegen kann ich dir meinen Facebook-Fanpage-Kurs empfehlen. Da zeige ich dir, wie du Schritt für Schritt eine Facebook-Seite aufbaust, da dann das Ganze auch erkläre mit Social Flair zum Beispiel und Influcent, wie du das Ganze postest dann, die Reichweite erhöhst, Follower aufbaust und dir dadurch langfristig quasi Einnahmen generierst. Und das Ganze, wie gesagt, mit Influcent und Social Flair ist auch nochmal detailliert im Kurs erklärt, damit das Ganze auch nochmal eins zu eins nachgemacht werden kann. Das, wie gesagt, wenn du möchtest, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der Kurs kostet auch nicht besonders viel und kann ich dir sehr ans Herz legen. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, gerne auch ein Feedback in den Kommentaren, auch gerne Fragen und auf jeden Fall ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und Erfolg beim Geldverdienen. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Dein Flo Farel. Dein Flo Foto. Dein Flo Foto. Dein Flo Foto. Vielen Dank.